Das ist mir beim letzten Mal gar nicht aufgefallen, wie schön die Musik hier ist. Hört mal. So schön beruhigend irgendwie. Also bisher gefällt mir das Spiel wirklich megamäßig. Der NRWboy18 hier. Ich begrüße euch zur nächsten Folge Larry 6. In der letzten Folge haben wir Char im Schlammbecken inspiziert und... This mud bath looks too hot. Okay. This mud bath looks too cold. This mud bath looks just right. Charlotte Donay reclines in her mud bath. You cast your most radiant smile at her. She barely glances at you. Good enough for me. Wofür? Oh, äh. Hey Baby, du solltest gar nicht aussteigen. Kannst wieder reinsetzen. Äh. A young couple sits in the champagne glass spa, enjoying each other more than the bubbles. Yeah, yeah. A young couple... Look at the shine on that leaf. Why, it almost looks as good as plastic. A video camera is mounted on the wall beside that air vent. It enables La Castellata's crack security force to keep an eye on activities here in the mudroom. Mmh-hmm. La Castellata's euro-mud baths are built right into the floor, roman style. The mud looks warm and inviting. Okay. Was haben wir denn jetzt hier? Eine Sauna. Ich breche. Was? Sie ist zu weiß, hätten wir anstecken, nur mit handgefäckten Stoffen eine heiße Sauna zu betreten. Bitte was? Ich bin schon gestorben? In einer Sauna? Gerade für eine Sekunde drin? Leute, das ist nicht euer Ernst. Gut, dass ich gespeichert habe. Das kann doch nicht sein. Hätten wir es vorher sehen können? Svedische Sauna. Hm, hat diese Übersetzungsfehler. Herrlich. This door bears a tiny brass plaque with a delicate La Castellata logo and the words Men's shower. This door bears a tiny brass plaque with a delicate... Behind this door, dozens of hot, steamy women are showering. Their naked bodies glistening under those tiny, needle sharp sprays of sensual hot water, rubbing their bare flesh with soap in small circles, and larger and larger ever widening circles of them. Also... Also... Also was das, ähm... Sex-Ranking angeht, oder das schmutzig-Ranking. Mein lieber Gesangsverein, was sind wir jetzt schon auf einem hohen Kurs hier? Ach du Scheiße, duscht sogar einer. Ha, ha! Hey, stop looking at the naked men! You're supposed to be looking at naked women! Haha! Ha! You carefully adjust... Oh! You hope no one noticed! You're going to have to wait until you're playing the role of passionate Patty to do that! Ach, guck mal! Oh, schade! Okay... Hey, stop looking at the You're supposed to The handle beside the mudroom door Bears a tiny brass plaque With a delicate Lacoste-Lotto logo And the words The prancing fluids Aha Na You turn off The prancing fluids Now you'll never see them again Oh, schade You miss your friends The prancing fluids So you turn them back on again Kann ich nur an- und ausschalten? Hehehe, der ist ja tippt You turn off The You miss your friends While once the If you want to take a shower Get undressed Can't you wait until you're actually Naked and soapy like everyone else? Hehehe You carefully adjust You You caref- Also, Appleman There's not much to do in the shower room Except take a shower No How many times do you have to hear this? You're the one looking for the women Okay? Achso Okay Ja Und hier kriegen wir jetzt wahrscheinlich auch wieder Knockout Weil wir dann Larry, that's the women's shower You can't go in there Schade Not if Nicht wenn du noch... Achso Was ist das da? There is an open electrical outlet on the wall beside that door Aha Whenever you see an electrical outlet you always think of two little faces stacked on top of one another Halten wir das in Gedanken fest, dass wir dort eine Steckdose haben You try the knob, but the door is kept locked by an electronic keypad with billions and billions of possible combinations We'll pause a moment while you enter every one of them Ah, don't be pissed What's that? Okay, done None of them Och Now, how could you open a sensitive electrical device like this? Since you don't have a sledgehammer Alter, dein Ernst? Spiel? Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Äh Moment, haben wir hier vielleicht in den Pflanzen irgendwo was? Oh, tatsächlich Oh, ne doch Was? Was macht er denn jetzt? Äh Ich hätte jetzt eher gedacht, dass da vielleicht irgendwas drin ist, aber Ah, wir können die Kamera Super Ich habe aber nichts außer meine Finger Das wäre jetzt nicht wahr Wie komme ich denn jetzt wieder zurück? You try the knob, but the door is kept Okay, now Aber wie kannst du so ein empfindliches Elektronikteil wie das hier öffnen? Vielleicht mit ein bisschen Schlamm? Wow Free mud baths I think I'll jump right in Was? Tats- Mit Klamotten? The question is Will polyester protect you from this extremely hot mud? Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Ich wollte hier reinspringen, Larry Nochmal Es ist doch zum Heulen Wie ziehe ich mich aus? Vermalledeit nochmal Hier habe ich hingeklickt Und er springt da hinten rein Oh, das kann doch nicht sein The question Evidently La Costa Ach Ich wollte in die Dusche Aber ein Punkt Zwei Punkte Drei Punkte Vier Punkte Fünf Fünf Punkte So, wie ziehe ich mich jetzt hier aus? Hihihi Drei 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 This small shower head is of no what to You carefully adjust you You ho Ke 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 Can't 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 Oh If you want while once these shower heads could be adjusted The mineral deposits in the local water supply now have them corroded firmly in place Ich kopier das nicht. Zieh dich erst aus. Ja, will ich ja. Das hier ist doch ausziehen, oder nicht? Bedienung. Klicke einmal auf, damit diese Meldung verschwindet, wenn du sie tust. So, wann diese Zeige in der Frage zu finden. Das ist Haupt. Klicke hier, um deinen Mauszeiger in einen Reißverschlusszeiger zu verwandeln. Klicke anschließend mit dem Reißverschlusszeiger auf etwas, um... Hauptspielfenster, wenn du nicht verstehst, was das soll, da hast du leider das falsche Spiel gekauft. Ja, das... Du hast vorsichtig adjustiert, dass du hoffst. Ja, genau, mit dem Schlüssel. Was? Sorry, das kann jetzt lautgewiesen sein. Ich hatte jetzt die Befürchtung, dass ich hier den Schlüssel wegschmeiß. Ich würde mich ja gerne ausziehen, aber das geht nicht. Ja, und das hier... Ja, mit der Tastatur geht er hier. Wow! Was war das denn? Wie cool. Komm, mach mal. Hier, komm. Och mein, jetzt funktioniert es nicht. Das war gerade cool. Oh, hier geht's... Weiter. Worum sagt mir das denn keiner? Nein, Larry. Das hasse ich so bei diesen Spielen. Wenn man nicht sieht, dass es da weitergeht. Oh, how embarrassing. Lacoste-Lotta hangs a painting of a naked woman right here, where a guy might glance at it while in dress and get, you know, interested or something. Hier ist die Damenumkleide, ja. What? Where? You can't see anything over there. What are you doing? What? Where? You can't see anything. What? What? Good idea. You know, in every game, Al Lowe always hides something in the garbage can. You can't wait to find out what it will be in this game. Fool you. Nothing. Nada. Zipola. But now your hands smell like a fishmonger. Danke. Fool you. But now, cleverly pulling the painting from the wall, you carefully examine the back of it for clues. Of course, you find nothing. This locker is taken. This locker... Und? Das hörte sich gut an. So, und jetzt ausziehen? You carefully... Nein. Ah. Was war das denn? Larry, ich hab's. Ich seh's schon. You hope no one noticed. Das ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Oh, Larry, it's... Wait or use the swimming pool like you usually do. Warum nicht? Wait until you get to the bathroom. Ich hab's schon im Badezimmer. Or use the swimming pool like you usually do. Oh. Oh. Oh, Gott. Oh, jetzt dauert das immer ne Ewigkeit, bis er den aufmacht. Aber wenn ich doch hier einen Spind hab... Aber was fehlt mir denn? Fehlt mir noch ein Handtuch, oder was? Ja, ich will mich ja, aber geht ja nicht. There's not much to do here in the locker... There's not much to do here in the locker room, except change clothes. Oh, Killers. Das Reißverschluss-Symbol, das ist doch dafür, dass er sich auszieht hier. Aber hier korrigiert er nur den Sitz seiner Kleidung. Wait until you get to the bathroom. Na, super. So, geht's jetzt hier noch weiter runter? Ja, geht es. Haha, Fitness-Club. Hahaha. Ah, und hier krieg ich jetzt also... Der Typ sieht aber sehr warm aus, muss ich sagen. Gary, the towel attendant, flitz around behind the towel-counter, straightening up things that are already straight and trying to unstraighten things that are straight. There's a tasteful marble fountain in the middle of the lobby. It provides the familiar soothing sound of recirculating, dirty water. This is the lobby of La Castellata's exclusive health spa. A person waits behind the counter. There are several doors. Na, super. The sign reads, health spa. Nein, da steht Fitness-Club. This door bears a tiny brass plaque with a delicate La Castellata logo and the words, high colonic treatment suite. Ach, du weinst das nicht. Hier war das... This door bears a tiny brass plaque with a delicate La Castellata logo and the words, men's locker room. You've had a fear of doors like this ever since junior high school. The ridicule, the shame, the snapping towels. The big boy's always dropping their soap. This door bears a tiny brass plaque with a delicate La Castellata logo and the words, cellulite drainage salon. Aha, ich hab's gefunden. This is the lobby of La Castellata. Okay, wir reden mit ihm. Excuse me, sir. Is this where I get my spa towel? Yes, it is, handsome. May I please have your name? Ich wusste es. And room number? My name is Larry. Larry Laffer. And I'm in room... Say, wait a minute. Exactly why do you want my room number? Why so we can charge you for the towels you don't return? Well, okay, I guess. It's room 201, right at the top of the stairs. Feel free to drop in. Oh, goody. Not. Mein Herzchen. Hab das geschrieben, hab das gelesen. Moment, das heißt, ich muss jetzt doch zu meinem Zimmer, weil der mir das hier jetzt hier nicht geben kann. Oh, Leute. Ja. Oh, sweetie, I thought you'd never ask. Oh, no. What have I done? Das gibt... Und als Larry und Gary Ferry flogen aus dem Sonnensatz zusammen, wir alle denken, was ein ignominious Ende zu einer sterligen Karriere als der ultimator Swing-Single. Das ist das schmarrige Sende einer so steil in Karriere als anationierter Sänger. Wir sind Game Over, weil wir es mit einem Schwulen treiben. Ich brech ins Essen. Es darf nicht wahr sein. Und nochmal von vorne. Oh, ich kann nicht mehr. Mein Bauch tut weh vom Lachen. Ach, wir holen uns hier schon mal die Punkte. Ei. So, gehen dann in die Dusche. Oder kann ich... Ach, ist egal. Mach mal später. Hä? Der Kerl ist weg. Okay. Krass. Hätte ich nicht gedacht. So, hier hatten wir ja schon... Good idea. Aber... Full you not but not. Hier auch erstmal die Punkte abgreifen. Boah, da kriegen wir auch wieder einige. Sehr schön. Und dann können wir weitergehen. Oh, herrlich. So, dann... Next. Yes, sit. And my name is... Well? Oh, goody. Not. Not. Okay. Das machen wir jetzt mal nicht. Okay. Shall I just sign my name here in the registry? Oh, yes. Please. And don't forget your room number, okay? Tsss. Nice. Excuse me, sir. Do you mind if I funnel your brochure? Formula? Oh, it's still my beating heart. Rubbing your fingers across the brochure, Advertising La Castellata's many fine services and features, You remark? What an expansive feel. Hmm. Oh, no, I'm not. Alter, wie haben die den übersetzt? Das ist ja furchtbar. Oh. You can't reach them from here, but you just know they're soft and cuddly, like your beach towel at home. Except without the big Farrah faucet printed on it. You consider taking a drink from the fountain, but that water looks more than just a little polluted. Why? Das sieht doch ganz gut aus. Oh, don't go in there. Anyway, why would you want to? There's nothing inside but women changing clothes. Die... Aus... Aus... Ziehen. Great. Was? Now you've got athlete's palm. Was hab ich denn jetzt gemacht? Jetzt hast du athletisch Wände. Was hab ich denn... Great. Hä? I do love a room totally covered in indoor-outdoor carpeting. It's so sharp and jazzy. Okay. Schauen wir uns den... Ach, du liebe Zeit. Das ist also saugen aus. Okay, das ist also die Maschine, die ich wieder hier in Gang bringen muss. Several bolts hold the filter tank's lid firmly in place. This area receives the large red piston. The piston shaft is long, hard and dry. Und trocken, okay. Coily opening every drawer in the table, you discover that Dr. Swinebott cleaned out more than just his patients before he left town. Coily opening every drawer... Coily opening... Okay, was ist da? Da ist doch was kaputt. Probing the hole, you feel certain you could never get the machine to suck hard enough with a hole this large in one of its main vacuum lines. Mhm. Another one... Okay, sie... Funktioniert aber. Hoppla. Oh nein, bitte jetzt nicht schon wieder sterben. Hm. It looks like there's a problem with the piston. Perhaps I should check it out more closely. Oh nein. Perhaps that piston just got a little too hot before it exploded. Ich hasse Larry. Ich hasse Larry Spiele. Ich hasse sie einfach. Das kann doch nicht sein. Überall muss man hier die Angst haben zu sterben. So, jetzt probieren wir hier nochmal. Das mit der Kamera kriege ich dafür eigentlich auch Punkte. Und jetzt probieren wir hier nochmal. Ach, jetzt ist er hier am Duschen. Okay. 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 Jetzt geben wir hier weiter. So. Schauen uns das jetzt hier an. So. Fool you. Na. But. Clev. Of. Co. Cleverly. Of. Die Punkte. 25 oder 27? Ne, 25. Okay. Dann gehen wir hier weiter. Haben jetzt hier die Handtüßer. Reden mit ihm. Excuse me. Oh. Not. Not. Shall I just sign? Na ja, komm. Das kennen wir schon. Und mit dem flauschigen Handtuch müsste es jetzt eigentlich schaffen. Excuse me. What next? Ja, 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 ja. So. Da schauen wir uns später nochmal um. Er müsste sich jetzt eigentlich umziehen. If you have any trouble in the locker room, just squeal. Dann kreische einfach. Okay. Äh, was kann ich mich jetzt ausziehen? You care f- Nein, immer noch nicht. Ah. You hope. Ja, 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 ja. Äh. Mmh. Soft. Fluffing. Frau Lotta. Also Wäsche nur so schön. Du sollst sie benutzen, Mensch. Ah. Endlich. Larry zieht sich aus. Und die Höhle Hose. Ah. 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 Wie ist das geil. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommen wir erstmal. Jetzt sind hier schon zwei Kerle. Ah. Er hält sich die Hose hin. Ah. 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 Geil. So, Larry, komm. Benutz mal die Dusche. While wants the... While... Ja, er benutzt sie. Kann man was erkennen? Du ahnst es nicht. Hauptsache, die Kette ist an. So, und jetzt bin ich auf das Schlammbad gespannt. Oder sollen wir zuerst in die Sauna gehen? Komm, wir gehen zuerst in die Sauna. Oh, ja. Hoppsi. Und jetzt? Was muss ich jetzt machen? Noch mehr ausziehen? You care. Ah. You hope. If you're looking for hot talk, call La Castellata's sex line. Ach, du ahnst es nicht. Electrically heated rocks generate a tremendous amount of heat. La Castellata's... Hm. Okay, bringt nix. Also wieder raus. Schön war es hier. Und jetzt? Schlammbad. Schlammbaddi. Ich wollte gerade sagen, was hier hat Handtuch draußen? Ja, super. Und jetzt? La Castellata's Europe. This mud bath looks just... This mud... Okay. La Castellata... Ende. Hat er jetzt gefurzt, oder was? Tatsächlich, er hat gefurzt. Oh, elend. Äh, warte mal. Was passiert eigentlich? Moment, das... Moment, das würde ich noch rausprobieren. Äh, nehmen wir mal drei. Was passiert, wenn wir jetzt mit dem ganzen Schlamm in die Sauna gehen? Weil dann müsste das ja alles trocknen. You can't leave here covered with mud. Oh, schade. Schade, 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 schade. Was ist, wenn ich jetzt... There's not much to do in the shower room except take a shower. Okay. Freunde, so schlammbedeckt wie wir sind, machen wir Schluss und sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei Larry6. Macht es gut. Bis dann. End review bei 18. Adieu. Adieu. HÄGÄ. Vielen Dank.